Herzlich willkommen zu Aktienfieber mit einer neuen Im-Fokus-Folge über Texas Instruments und diese wurden 1930 in Amerika gegründet. Damals noch Geophysical Service, bekannt für ihre Taschenrechner damals, sind sie heute bekannt für ihre Halbleiter-Technologie. Also sie sind Pioniere auf dem Gebiet der Elektronik und Halbleiter und haben es eben geschafft, durch ihre jahrzehntelangen innovativen Entwicklungen die Massenproduktion von diesen Halbleitern zu realisieren. Also mit dem Ziel natürlich, das Endprodukt immer effizienter und zuverlässiger zu machen, aber eben auch erschwinglicher und dementsprechend sind eben heute auch Geräte, die viel Elektronik verbaut haben, dementsprechend auch für den Massenmarkt, für den ganz normalen Bürger erschwinglich. Und das war natürlich vor vielen Jahren, beziehungsweise auch vor einigen Jahrzehnten kaum denkbar und da hat auf jeden Fall Texas Instruments wirklich mitgeholfen. Wir gehen heute speziell auf das Firmenprofil natürlich ein, auch auf die aktuelle Kursbewertung und hier auch mit Hilfe vom Aktienfinder wieder und dann natürlich unser Bewertungssystem, das ihr wahrscheinlich schon kennt, also die operative Stärke und finanzielle Stabilität wird bewertet. Und natürlich dann die Auswertung mit dem Fazit, aber natürlich ist das nur meine persönliche Meinung. Ich bin kein Anlageberater, daher auch keine Kaufempfehlung oder Empfehlung zum Verkauf und natürlich kann ich keine Verantwortung auf die Vollständigkeit und Korrektheit der Daten geben. Ich wünsche euch viel Spaß! Kommen wir mal zum Firmenprofil und dem aktuellen CEO Rich Templeton und dieser seit 2018 der CEO, allerdings schon viel länger. 2018 wollte er eigentlich etwas zurücktreten und man hat quasi seinen Nachfolger berufen und dieser hieß Brian Crutcher. Allerdings hat das nur sechs Wochen geklappt, dann musste er zurücktreten wegen persönlichen Fehlverhalten. Also Texas Instruments hat hier nicht sich geäußert, warum, also was hier wirklich der wahre Grund war. Allerdings hat sich hier eben Rich Templeton wieder dazu berufen gefühlt, den Posten weiter zu begleiten und zwar nicht in der Riems mäßig. Also es wurde jetzt kein neuer Nachfolger angekündigt und es ist auch wohl nicht geplant. Rich Templeton, muss man sagen, hat sein Bachelor of Science in Elektrotechnik abgeschlossen und ist direkt nach dem Studium zu Texas Instruments. Also wirklich mit Leib und Seele bei dem Unternehmen. Seit 1980 arbeitet er eben als regulärer Mitarbeiter im Vertrieb und seit 1996 dann in die Führungsriege aufgestiegen als Executive Vice President. 2000 als CEO, also als Leiter des operativen Geschäftes, 2004 dann Präsident geworden und eben CEO und 2008 auch der Vorstandsvorsitzender. Also nach dieser langen Zeit kann man sagen, dass der Mann wohl diese Firma kennt wie kein anderer. Und dass er jetzt wieder den Posten inne hat, ist, denke ich, ein gutes Zeichen für das Unternehmen. Also sicherlich hat man für ihn persönlich sicherlich auch gewünscht, dass er jetzt mal ein bisschen zur Ruhe kommt und dass er den Ruhestand auch genießt. Aber letzten Endes gibt es wohl für das Unternehmen selbst nichts Besseres. Von daher kann man sagen, es ist der erfahrenste Mann auf den Posten, den man sich hier wohl vorstellen kann. Das Geschäft an sich geht hier um die Halbleiter-Technologie. Also Halbleiter, muss man sagen, sind elektronische Komponenten, die als Baustein in modernen elektronischen Systemen eben dienen. Also allgemein als Chips bezeichnet. Und diese kombinieren eben mehrere Transistoren, die eben zu einer kompletten Schaltung zusammengefügt werden. Also die eine komplette Schaltung bilden. Und hier gibt es eben eine riesige Möglichkeit der Anwendung, was hier schon mal recht interessant ist. Und hier muss man eben auch sagen, dass die Firma hier jahrzehntelang forscht an dem Thema. Also sie gelten als Pioniere. Sie haben wirklich angefangen mit so kleinen Elektronenröhren über den Transistoren bis hin eben zur Einführung von den Halbleitern. Und durch diese innovativen Entwicklungen, die sie gemacht haben, haben sie es eben geschafft, auch diese Halbleiter-Industrie zu einer verlässlichen Massenproduktion zu führen. Und was vor allen Dingen auf den Preis sich ausgewirkt hat. Also um das mal zu demonstrieren, vor ca. 30 Jahren, also in den 80er Jahren, hat ein militärisches Radarsystem ungefähr noch 20 Millionen US-Dollar gekostet. Heute kann man dasselbe für 20 US-Dollar in kleinen Chips, in Fahrzeugen beispielsweise ausrüsten. Und hier sieht man schon mal die Dimension. Das Ganze geht natürlich hier auch um den privaten Sektor. Also hier sehr interessant, quasi wenn man vor allem die Robotersysteme sieht, die jetzt schon zum Einsatz kommen, wie z.B. die kleinen Saugroboter, die man kennt. Das Ganze kann man ja noch viel weiterspinnen. Das wäre für viele Jahre undenkbar gewesen, dass solche Systeme Tausende, wenn nicht Zehntausende von US-Dollar gekostet hätten und heute wahrscheinlich wenige Hundert. Und dementsprechend kann man sagen, dass diese Technologie auch noch nicht am Ende ist, also die wird auch weiterentwickelt, dazu führen wird, dass diese ganzen technischen Möglichkeiten noch viel ausgereifter werden und eben auch erschwinglich. Sie haben hier in über 30 Ländern Operationen laufen, 100.000 Kunden werden angegeben. Zwei Drittel vom Umsatz stammt, aber von den 100 größten Kunden, muss man dazu sagen. Und die Produktion von diesen Halbleitern läuft in hochspezialisierten Einrichtungen. Also das ist auf jeden Fall auch ein gewisser Vorteil, muss man sagen, für die Firma, dass hier auch ziemlich schwer ist, als neues Start-up oder ähnliches in diesen Markt zu stoßen. Das Ganze ist sehr kostenintensiv, dann auch sowas aufzubauen. Und so eine Fertigung dauert auch mal gut drei Monate, bis da wirklich ein Endprodukt dann herauskommt. Also diese Halbleiter-Fertigungsanlagen existieren, wie ihr hier auf der Karte seht, in Nordamerika, Asien und Europa. Und die Firma selbst sieht hier eben große Wettbewerbsvorderungen einerseits an dem Fundament, das sie haben in den Fertigungen, also die Masse quasi, und natürlich auch den technologischen Vorsprung, den sie sich erarbeitet haben in den vielen Jahren an Forschung. Letzten Endes haben sie hier auch ein breites Portfolio aufgebaut an Produkten, können hier eben sehr viele Anwendungsbereiche abdecken. Das wäre der zweite Punkt. Der dritte werden die Reichweite der Vertriebskanäle, dass diese sich die ganzen Jahre aufgebaut haben. Und natürlich auch die Langlebigkeit der Produkte. Also sie setzen hier wirklich viel daran, dass die Produkte eine sehr hohe Qualität haben, was natürlich hier auch zu einer hohen Kundenzufriedenheit führt. Und vor allen Dingen sorgt es eben auch dafür, dass die Kunden, die jetzt beispielsweise ihre Software entwickeln auf der Hardware von Texas Instruments, dass die Hardware dann bei neuen Entwicklungen, also bei neuen Produktlinien dann auch beibehalten wird. Das ist auf jeden Fall auch ein Vorteil, muss man sagen. Hier seht ihr mal die ganzen Anwendungsbereiche, die von Texas Instruments auch beschrieben werden. Und die Hauptgruppierungen, die immer wieder genannt werden, sind die Automobilindustrie. Also hier sind wohl auch sehr hohe Margen für Texas Instruments möglich. Und lässt sich natürlich auch so erklären, dass der Bedarf in den Automobilen nach Elektronik immer weiter zugenommen hat. Also das, was früher ein reines Stahlgerüst war, ist ja heute eigentlich schon ein Raumschiff, wenn man es mal witzig sagen will. Und das braucht natürlich Unmengen an Elektronik und an den Bauteilen. Bei Industrieanwendungen, das wird ja auch häufig genannt im Geschäftsbericht, dann sehen wir mal, ist das doch recht viel bedeutet. Also das geht von Luft- und Raumfahrt über Medizintechnik, Stromversorgung und was nicht alles. Also ihr seht, das ist eine riesen Palette, die hier abgedeckt wird. Und das sind ja nur die Obergruppierungen quasi. Und interessant natürlich hier auch die Elektronikgeräte für den privaten Gebrauch. Und hier, denke ich, ist auch ein riesen Wachstumsmarkt, da natürlich hier auch viele neue Geräte sich immer wieder angeschafft werden, obwohl es vielleicht gar nicht notwendig ist. Also hier existiert definitiv ein großer Markt, auch ein Mobiltelefon beispielsweise, PCs, Tablets, Fernseher. Also wer hat heute nicht sowas zu Hause? Dementsprechend gibt es hier definitiv einen riesen Markt. Und wie ihr hier seht, nach Umsatz ist 37% vom gesamten Umsatz in diesem Anwendungsbereich der industriellen Anwendungen, 20% bei den Autos und 27% eben im persönlichen Gebrauch. Auch der Rest sind hier eher Nischen. Also man kann auf jeden Fall sagen, dass sich das Ganze für Texas Instruments schon lohnt, gerade in Betracht, wenn man hier Industrie und die Automobilmärkte sieht. Also laut Texas Instruments entstehen hier eben auch die besten Wachstumschancen aufgrund des zunehmenden Bedarfs. Und vor allen Dingen ist es beim Automobilmarkt so, dass, was jetzt zumindest die Halbleiter betrifft, hier wenig kapitalintensive Fertigung möglich ist und damit eben auch eine Stabilität und eine starke Cash-Generierung. Zumindest wird es so von der Geschäftsführung dargestellt. Daher ist es eben hier die Strategie von Texas Instruments, hier auf ein starkes Wachstum in Free Cashflow zu setzen und das Ganze entweder zu reinvestieren oder eben an die Aktionäre auszuschütten bzw. in Rückkäufe zu stecken. Wenn wir hier die Umsätze sehen, 2020 finden wir drei Segmente, die hier beschrieben werden. Also einerseits die analogen Halbleiter, dann die eingebetteten Prozessoren quasi, das ist jetzt die Übersetzung, also Embedded Processing und Sonstiges hier mit 7%. Also unter Sonstiges fallen alle Produktlinien, die nicht groß genug sind, dass sie einzeln bilanziert werden. Also hier beispielsweise DLP-Produkte, die beispielsweise hochauflösende Bilder erstellen oder auch die Taschenrechner, für die sie auch bekannt sind. Oder eben auch kundenspezifische Halbleiter. Analoge Halbleiter, dazu nochmal ein Thema, das ist jetzt beispielsweise eine Komponente, die Signale aufnehmen kann. Also beispielsweise reale Signale wie Ton, Temperatur, Druck oder eben Bilder. Und diese dann umwandelt in einen digitalen Strom von Daten, der wiederum zu anderen Halbleitern gesendet wird, um diese zu verarbeiten. Also beispielsweise hier auch ein Anwendungsbereich beim Verwalten der Stromversorgung für die Geräte, also unabhängig ob Batterie oder Netzbetrieb. Oder eben für die Anwendungsbereiche, die schon beschrieben wurden. Also hier beispielsweise in der Sensortechnik, beispielsweise für den Automobilhersteller oder auch in der Industrieanwendung. Letzten Endes teilen sie das auf in drei Segmente. Einerseits Power, also alles was sich um Stromverwaltung dreht, also Batteriemanagementlösungen oder Akkus eben. Zweitens die Signalketten, auch Signalchain. Also hier geht es um die Umwandlung der Signale in diese Daten. Und da gibt es zum Beispiel Endgeräte wie Verstärker oder Schnittstellenprodukte, Uhren, Sensorprodukte oder High Volume. Und dieses umfasst eben jetzt die analogen Produkte zur Unterstützung von Anwendungen. Also hier beispielsweise Displays oder Fahrzeugsicherheitssysteme oder ähnliches. Generell kann man sagen, der Marktanteil liegt hier bei 19 Prozent, also global. Und damit sind sie Marktführer. Was auf jeden Fall ziemlich interessant ist, vor allen Dingen, weil das eben auch der größte Part in ihrem Umsatz ist. Das ist definitiv auch ein Vorteil für die Firma. Der zweite Punkt hier, die eingebetteten Prozessoren, das ist quasi das Gehirn für viele Arten von elektronischen Geräten. Und je nach Auslegung eben der Aufgabe, die für dieses Gehirn bestimmt wird, ist das eben auch kostenintensiv. Also es geht von extrem billig, wie beispielsweise die Microcontroller von Zahnbürsten, bis zu sehr teuer, wie zum Beispiel die hochspezialisierten, komplexen Geräte in der Automobilindustrie. Und hier geht es eben um Anwendungen wie Informationssysteme oder die erweiterten Fahrassistenzsysteme oder ähnliches. Also von den Produktlinien gibt es hier auf jeden Fall auch kaum Beschränkungen. Und hier auf jeden Fall auch sehr deutlich, dass die Weiterentwicklung der neuen Produktgeneration von den Kunden, also wenn hier zum Beispiel Software entwickelt wird, auf Grundlage dieser Hardware, die von Texas Instruments stammt, wird das auch beibehalten in den meisten Fällen. Also das sorgt für eine lange Kundenbindung und hier existieren 16%. Marktanteil sind wohl kein Marktführer damit, aber dennoch mit 16% sind sie gut dabei. Und von daher finde ich das schon mal recht gut aufgeteilt. Hier seht ihr mal die Umsätze von 2020 an, also die letzten vier Jahre. Und in Gelb 2020, Blau 2017 kann man gut erkennen, dass der analoge Sektor stark gewachsen ist und hat dementsprechend auch seinen Anteil am Gesamtumsatz ausgebaut, während die anderen zwei eben rückläufig sind. Obwohl im Geschäftsbericht eigentlich auch steht, dass die Strategie auch darin liegt, bei den eingebetteten Prozessoren das Ganze zu steigern. Das hat hier nicht so ganz funktioniert. Allerdings konnten sie hier bei den Analogen eben deutlich steigern. Was noch interessant ist, ist die Umsatzverteilung nach Region. Wie ihr hier seht, 55,3% stammen aus China, 5,1% aus Japan und 10,7% aus dem Rest von Asien. Also Pi mal Daumen, 70% der Umsätze stammen aus Asien. Einerseits ist das natürlich eine Chance, das ist ein Wachstumsmarkt. Andererseits natürlich ein Risiko der Klumpenbildung. Also gut diversifiziert ist das hier nicht. 10,7% aus dem Heimatland quasi. Und 15,6% hier aus der europäischen Wirtschaftszone mit dem Mittleren Ost und Afrika. Nun ja, das muss jeder für sich entscheiden. Aber 55% China ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Auch interessant, die Aktienrückkäufe führten jetzt schon zu einer Quote von 47,2%. Also sie haben konzerneigene Aktien in dieser Höhe. Also eine Firmenübernahme ist damit quasi ausgeschlossen. Allerdings ist das schon spektakulär, muss ich sagen. Also kommen wir jetzt mal zur Kursbewertung und blicken zuallererst mal in den Aktienfinder. So und dann kommen wir schon hier zu Texas Instruments beim Aktienfinder. Also hier wieder die Plattform mit einigen guten Kennzahlen und Übersichten. Uns interessiert in dem Fall aber hauptsächlich die Dividendenhistorie bzw. der Dividendenturbo und die Kursbewertung. Wir fangen hier mal mit dem Dividendenturbo an. Also hier sehen wir zum Einstiegskurs quasi die Dividendenrendite, die wir erwarten konnten. Und hier sehen wir auch im Schnitt, dass das Ganze hier die letzten Monate wieder stark abgefallen ist. Also letzten Endes hat das hier sogar mal einen Punkt erreicht im März 2020, also zum Corona-Crash, mit einer Dividendententurbo von 3,34%. Das war auf jeden Fall schon mal ordentlich. Und jetzt aktuell sind wir wieder auf einem etwas niedrigeren Niveau. Also aufgrund natürlich des Kursanstieges der letzten Monate. Also hier trotzdem muss ich sagen, für so ein Unternehmen ist das dennoch ein guter Wert. Das muss natürlich jeder auch wieder für sich selbst entscheiden. Aber jetzt hier im historischen Verlauf muss ich sagen, ist das jetzt hier kein klares Kaufsignal, wo ich hier sehen würde. Aber es ist auf jeden Fall dennoch ein guter Wert. Was auf jeden Fall auch noch interessant ist, ist natürlich die Bewertungshistorie selbst. Also wir schauen jetzt mal, ob der Kurs aktuell dann übertrieben hoch ist. Und was uns jetzt hier vor allen Dingen interessiert ist, Moment, ich blende das jetzt mal aus, sind vor allen Dingen hier die fairen Werte, gerade hier von der Dividende natürlich auch, die berechnet wurden. Na, jetzt will er nicht. Und wir sehen hier den März-Kurs. Also hier hat auf jeden Fall der Kurs direkt auf dem fairen Wert aufgesessen, sogar leichter runter. Und auch die berechneten fairen Werte zum Cashflow und Gewinn und hier oben in blau die Dividende waren sozusagen unterbewertet. Also hier war ein klares Kaufsignal. Dann ist der Kurs auf jeden Fall schön in die Höhe geschnellt und befindet sich aktuell in einem Niveau, den man quasi als überbewertet sehen kann. Wie ihr hier seht, der Wert von der Dividende ist natürlich leicht höher angesetzt, der faire Wert. Wie schon gesagt, eine Dividendenrendite über 2% bei dieser Branche ist auf jeden Fall ordentlich. Und von der Seite her ist das kein schlechter Wert. Was jetzt natürlich aber den Gewinn und den Cashflow betrifft, da liegen wir auf jeden Fall noch nicht so im grünen Bereich. Man muss allerdings dazu sagen, dass hier natürlich die Erwartung so aussieht, dass der Gewinn natürlich gesteigert wird. Also wer hier als langfristiger Investor dabei ist, ist das dennoch jetzt kein so schlechter Einstiegskurs. Allerdings ist es auch kein Schnäppchen. Das muss man auf jeden Fall sehen. Wir haben ja hier immer die Frage, was wäre, wenn. Das will ich jetzt hier auch mal demonstrieren. Und zwar, was wäre, wenn ich zum Jahr 2010 investiert gewesen wäre und was wäre passiert mit unserer Investition. Jetzt schauen wir auf jeden Fall mal und zwar und bis heute. Wir sehen schon den rasanten Anstieg vom Kurs. Also aus 1.000 Euro, die wir eingesetzt hätten, wären heute 5.290 Euro Kursgewinn und noch Dividende 662. Also das sind ja schon 66 Prozent der Investitionen an Dividende, wurden finanziert und noch diese massiven Kursgewinne. Also wer damals investiert gewesen war, der kann sich heute auf jeden Fall über eine super Investition freuen. Das ist auf jeden Fall erstklassig. Der Drawdown, den möchte ich hier auch nochmal zeigen und zwar zur Finanzkrise 2007-2008. Wie ihr hier seht, war der Abfall, der Kursverfall quasi schon ziemlich beeindruckend. Aber jetzt schauen wir mal im Prozent. 61,7 Prozent. Also das macht jetzt nach unserer Währung die Hälfte der Punkte. Dieser war schon ziemlich fulminant. Allerdings sicherlich hat es ja viele Firmen betroffen. Und jetzt schauen wir nochmal auf den Corona-Crash. Den erkennt man hier schon fast gar nicht mehr im Verlauf. Und dieser ging ja auch sehr rasant. Mit 26,2 waren diese auf jeden Fall recht glimpflich davon gekommen. Und hier sieht man auch schon recht deutlich, was für ein Image diese Firma jetzt bei den Anlegern schon hat. Also dementsprechend diese haben sich natürlich nicht lösen wollen von Texas Instruments. Ganz im Gegenteil, diese haben dann hier auch wieder kräftig nachgekauft. Hier noch einige Kennzahlen zur Kursbewertung. Also 146,04 ist der Kurs, den ich hier zu der Berechnung hinzugezogen habe. 134,26 Milliarden Euro Marktkapitalisierung. Das ist auf jeden Fall ein Schwergewicht. Volle Punktzahl. Das KBV bei 14,63 recht, naja, leicht erhöht kann man sagen. KGV bei 24,46. Dann schauen wir mal auf den historischen Verlauf und sehen, dass dieses auf jeden Fall jetzt nicht groß überbewertet erscheint. Also wir liegen hier recht gut im Schnitt. Es ist allerdings auch kein Schnäppchen. Also dementsprechend sollte man schon hier etwas genauer hinschauen. Wenn man hier die Gewinnwachstumsraten hinzuzieht, erhält man beim Peck-Ratio 3,2. Also hier auf jeden Fall leicht überbewertet. Finanzen.net. Die Analysten, die sehen das hier auch etwas zwiegespalten. Also einer hat sogar ein Kursziel knapp über 100 nur. Also mit einem Strong Sell sozusagen. Zwei Raten zum Halten und einer zum Kauf. Also dementsprechend hier auch etwas zweigeteilte Meinungen, kann man sagen. Also auch bei der Risikobewertung sind sie hier eher im Mittelfeld. Schauen wir mal auf die harten Fakten und beginnen mit den Quartalszahlen der letzten zwei Jahre. Und hier sehen wir auf jeden Fall beim Umsatz, dass Corona hier schon Auswirkungen hatte. Also beim Q4 sind schon quasi die Umsätze zurückgegangen. Also hier wahrscheinlich nicht Corona-bedingt. Aber dadurch, dass eben die Industrie hier komplett runtergefahren hat, sind dann wahrscheinlich auch die Investitionskosten in dem Segment etwas rückläufig gewesen. Diese konnten sich allerdings zum Q3 und Q4 wieder stabilisieren. Insgesamt seht ihr hier den Unterschied zum Vorjahr. Und hier sehen wir eben auch deutlich, dass sich das Ganze hier im Q4 wieder ordentlich erholt hat. Beim EBIT ist der Verlauf ähnlich. Also auch die Raten zum Vorjahr ziemlich deutlich dann im Q4 wieder angezogen. So, und dann kommen wir noch zu der operativen Stärkung. Beginnen wir immer mit dem Umsatz. Hier der letzten zehn Jahre und die Erwartungshaltung von Marketscreener für die nächsten drei. Also wir sehen auf jeden Fall hier eine leichte Steigerung. Und jetzt die nächsten drei wird auf jeden Fall nochmal eine ordentliche Steigerung erwartet, wenn man es mal so definieren will. Wenn wir das Ganze hier mal in Prozente zusammenrechnen, also hier von 2011 bis 2020. Und dann die Erwartungshaltung erhalten wir 0,59 Prozent im Schnitt der letzten zehn Jahre. Und 8,37 Prozent für die nächsten drei. Dementsprechend die Hälfte der Punkte für den Umsatz der letzten zehn und die volle Punktzahl für die Prognose. Bei der Bruttomarge seht ihr hier den Umsatz und hier die Produktionskosten. Und die Marge, die hier herauskommt, ist auf jeden Fall phänomenal, muss ich sagen. Also aktuell über 60 Prozent Bruttomarge, also wirklich top wert. Und vor allen Dingen die letzten Jahre konnten sie gut steigern. Wie ihr hier seht, wurden hier die Produktionskosten auch leicht gedrückt. Dementsprechend super Marge. Volle Punktzahl. Die operative Marge ist hier jetzt der Bruttogewinn, der herausgekommen ist. Die Verwaltungs- und Marketingskosten, die Forschungs- und Entwicklungskosten, Abschreibungen. Und hier seht ihr die Marge an operativen Gewinn. Und das ist auf jeden Fall auch sehr beeindruckend. Über 40 Prozent. Also spektakulär. Das haben viele Firmen nicht mal als Bruttomarge. Also hier bleibt auf jeden Fall viel Geld übrig. Letzten Endes, das verteilt werden kann. Super. Volle Punktzahl. Die Gewinnkontinuität auf jeden Fall gegeben. Der Gewinn konnte auch stark gesteigert werden. Die Erwartungshaltung sieht auch prima aus. Schon mal volle Punktzahl für die Kontinuität. Und hier die durchschnittlichen Wachstumsraten. 17,12 Prozent der letzten zehn Jahre und 7,63 der Prognose. Volle Punktzahl für jede Kategorie. Der Gewinn pro Aktie konnte auch gesteigert werden. Sehr schön. Volle Punktzahl. Die Vorräte zum Umsatz laufen hier in einem Niveau, das hier recht stabil ist. Also mit zwischen 13 und 14 Prozent ist die Range. Das ist auf jeden Fall okay. Volle Punktzahl. Die Abschreibungen zum Umsatz sind auch rückläufig gewesen. Also jetzt auch in einem recht moderaten Niveau. Bei 7 Prozent vom Umsatz. Hier auch volle Punktzahl. Der Free Cashflow vom Umsatz gerechnet, liegt natürlich hier in einem sehr hohen Niveau. Also hier erstmal die operativen, den operativen Cashflow, die Investitionskosten. Und hier liegen wir über 35 Prozent. Also das ist schon richtig gut. Der Return on Asset. Also hier muss ich dazu sagen, habe ich natürlich die Treasury Stocks dann auch mitgerechnet. Weil die ja normalerweise das Eigenkapital reduzieren und damit auch das Gesamtvermögen. Aber sie sind ja existent und verzerren damit alle Werte. Also hier auf jeden Fall der bereinigte Wert vom Return on Asset. Und hier liegen wir dennoch in einem sehr guten Niveau. Über 10 Prozent aktuell. Also wir waren zwar Anfang des Jahrzehnts noch deutlich tiefer, aber das konnte gesteigert werden. Die Profitabilität von daher hier grünes Licht. Die Eigenkapitalrendite hier auch bereinigt. Nicht wundern, dass hier manche Werte natürlich wesentlich höher sind, weil das Eigenkapital eben gedrückt wurde durch die rückgekauften Aktien. Hier aber der realistische Wert. Und hier erhalten wir jetzt Werte, die bei 9,45 Prozent liegen im Schnitt. Und 12,22 jetzt im letzten Geschäftsjahr. Ja, das ist natürlich jetzt nicht mehr so beeindruckend, wie die Zahlen, die hier andere Finanzportale zu bieten haben. Aber das ist nun mal der realistische Wert. Das liegt aber natürlich auch daran, wenn die Werte vom Return on Asset und der Eigenkapitalrendite nicht so stark abweichen, dass sie auch nicht so stark auf Fremdkapital gesetzt wird. Also ich finde das persönlich gar nicht mal so schlimm. Aber hier für unsere Bewertungsmatrix hier die Hälfte der Punkte. Und die zweite Seite der Medaille wäre natürlich die finanzielle Stabilität. Und wenn wir hier genauer hinsehen, finden wir ein Eigenkapital von 48 Prozent. Also hier schon mal die Hälfte der Punkte. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber wir wissen natürlich auch von den Treasury Stocks. Von daher, was hier schon mal auffällt, dass das Fremdkapital hier von 2016 wieder gestiegen ist. Allerdings ist das Ganze weniger bedrohlich, wenn wir hier die Treasury Stocks mit einberechnen. Also ein Riesenklumpen in der Kapitalstruktur, die das ausmacht und die ja in der Bilanz auch das Eigenkapital reduzieren. Also wenn wir das hier mit einberechnen, sieht das ganze Bild schon etwas anders aus. Die Verschuldung an sich natürlich die Aufteilung in kurzfristige Verbindlichkeiten und langfristige. Hier sieht es so aus, dass die langfristigen überwiegen. Das ist positiv. Das gibt von unserer Seite schon mal volle Punktzahl. Die kurzfristigen Vermögenswerte sind gestiegen auf ein Niveau von über 50 Prozent. Volle Punktzahl. Der einbehaltene Gewinn ist ebenfalls gestiegen. Volle Punktzahl. Die Ausschüttungen sollten natürlich unter dem Free-Cash-Flow-Niveau liegen. Hier seht ihr Dividendenzahlungen. Schön, eine Steigerung auf jeden Fall. Von Jahr zu Jahr wurde hier mehr an die Aktionäre ausgeschüttet. Aber eben auch die Aktienrückkäufe. Und hier ist schon fast mit einer Punktlandung auf dem Free-Cash-Flow. Das ist natürlich jetzt wieder etwas grenzwertig, wie ich finde. Aber das ist natürlich Ansichtssache. Wir liegen hier auf jeden Fall im Schnitt bei 91,61 Prozent. Das gibt von uns die Hälfte der Punkte. Also für einen Aktionär, der sowas gut heißt, gibt es natürlich nichts Besseres als eine Firma, die ihr gesamtes Vermögen, das sie einnimmt, wieder an den Aktionär zurückgibt. Aber auf der anderen Seite ist es vielleicht auch ein Zeichen, dass man hier ein bisschen unkreativ beim Investieren ist. Aber das ist natürlich hier sehr individuell zu beurteilen. Hier auf jeden Fall nicht ganz so bedrohlich wie bei manch anderem. Der Goodwill zum Eigenkapital ist die letzten Jahre gesunken. Jetzt liegen wir knapp über 50 Prozent. Also hier gibt es die Hälfte der Punkte. Bei der Finanzverschuldung sieht es so aus, dass aktuell 6,56 Milliarden US-Dollar an Cash auf dem Konto liegen. Und 6,79 Milliarden sind wirklich zinsverzinste Finanzverschuldung sozusagen dementsprechend. Eine Netto-Finanzverschuldung von 220 Millionen, was schon mal hier bei der Dimension, um die sich die Firma hier dreht, hier nicht viel ist. Aber hier eigentliche Kennzahlen dazu. Schafft es die Firma in vier Jahren mit ihren operativen Einnahmen das gesamte Fremdkapital zu Tilg? Mit 0,43 schafft sie das auf jeden Fall. Und sie schafft es sogar in zwei Jahren. Also das ist auf jeden Fall erstklassig. Der Current Ratio-Wert liegt bei 4,45. Das ist auf jeden Fall auch phänomenal gut. Das Gearing von 0,02 deutet darauf hin, dass die Firma hier wesentlich mehr Fremdkapital aufnehmen könnte. Also könnte sogar noch mehr hebeln. Volle Punktzahl. Dasselbe beim dynamischen Verschuldungsgrad. Und der Anlagedeckungsgrad bei 1,01 auf jeden Fall auch gut. Sie können ihr gesamtes Anlagevermögen hier durchs Eigenkapital decken. Kommen wir also mal zur Auswertung. Aber nicht vergessen, lasst ruhig mal einen Daumen nach oben da, wenn dir das Video gefallen hat. Und natürlich ein Abo, um den Kanal zu supporten und um kein Video mehr zu verpassen. Wir sind auch auf Facebook und Instagram zu finden. Also wir würden uns freuen, wenn ihr auch mal vorbeischaut und ein Abo dalasst. Und ihr könnt auch gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Hier seht ihr die operative Stärke. Und bis auf die Umsatzsteigerung der letzten 10 Jahre, die etwas flach verlaufen ist, sieht ihr alles soweit ganz gut aus. Also insgesamt 89%. Die finanzielle Stabilität auf jeden Fall auch. Prima. Also hier gibt es keinen großen Ausreiser. Der Drawdown auf jeden Fall jetzt zum Corona-Crash wurde auch mit voller Punktzahl bewertet. Dementsprechend erhalten wir hier 81%. Also alles, beides super Werte. Und wenn wir diese zusammenrechnen, dann hält Texas Instrument 63 von 74 Punkten. Das macht 85%. Also ein extrem starker Wert. Kommen wir also mal zum Fazit. Und das ist jetzt meine persönliche Meinung. Also da bitte wirklich darauf achten. Das ist keine Anlageberatung oder ähnliches. Jeder investiert auf eigene Verantwortung. Zu meinen Pros gehören hier eindeutig die Margen. Also das ist ein extrem margenstarkes Geschäft, wie ihr gesehen habt. Hier bleibt wirklich viel übrig. Und Texas Instruments schüttet eben dann auch viel wieder aus. Beziehungsweise kauft eben damit die Aktien zurück. Das Management, vor allen Dingen der CEO, ist extrem erfahren und kennt das Unternehmen sehr gut. Was für mich ein sehr wichtiger Punkt ist. Und natürlich befinden wir uns hier auf einem Wachstumsmarkt. Also der Bedarf an Elektronik wird zunehmen. Und Texas Instruments hat auf jeden Fall mit seiner Marktführerrolle, zumindest bei den analogen Halbleitern, hier auf jeden Fall einen großen Fuß mit in der Tür, würde ich sagen. Und natürlich auch gerade der asiatische Markt ist da ziemlich interessant. Die haben ja quasi ein ganzes Zeitalter übersprungen, kann man sagen. Und befinden sich jetzt direkt im Technologiezeitalter. Und brauchen Unmengen an Elektronik. Also die Menschen, die jetzt quasi an Wohlstand gelangen, von der Armut in den Wohlstand, die kommen ja sofort mit allen elektronischen Geräten gleich an die Hand. Und das ist natürlich hier Texas Instruments, die das Ganze bestückt. Es gibt vor allen Dingen auch hohe Eintrittsbarrieren in den Markt. Das muss man auch sagen, also die teure und zeitaufwendige Fertigung von diesen Halbleitern spielt natürlich eine Rolle, dass hier nicht einfach mal ein kleines Startup kommen kann und mal schnell Texas Instruments Konkurrenz macht. Das wäre natürlich hier auch als Pro zu nennen. Es gibt aber von meiner Seite auch Kontras und zum einen wäre das der 50%-Anteil vom Umsatz an China, also 55% sogar. Das ist natürlich schon ziemlich gefährlich, wie ich finde. Nicht mal der Klumpen an sich, sondern auch, weil es direkt um den chinesischen Markt geht. Und wer jetzt das Ganze ja verfolgt, China und die USA sind ja nicht gerade Freunde. Und ich möchte es auf jeden Fall auch nicht abwegig halten, dass hier China eventuell auch Sanktionen eventuell mal in die Wege leitet, um hier amerikanischen Firmen quasi den Umsatz zu verwehren oder den anderen Firmen quasi aus China das zu erschweren, die Zusammenarbeit, was hier natürlich deutlichen Einfluss hätte. Und das ist für mich auf jeden Fall ein gewisses Risiko, das man definitiv mit bedenken sollte. Und auf der anderen Seite sicherlich kann es natürlich auch wieder eine Chance sein. Also das ist halt wirklich so eine Auslegungssache. Auf der anderen Seite findet man noch ein zweites Contra, das sagt selbst Texas Instruments in seinem Geschäftsbericht, dass zurzeit eben auch viel Konkurrenz jetzt auf den Markt strömt. Also gerade eben aufstrebende Firmen in China werden benannt. Und hier habe ich zwar am Anfang gesagt, es ist teuer und zeitaufwendig, hier in den Markt zu kommen. Aber gerade in China ist natürlich das etwas anders, denn hier wird auch viel subventioniert. Also wenn der Staat eben sagt, wir wollen unabhängiger vom Ausland sein und gerade was die Zulieferer betrifft, wieso sollten diese dann nicht kleine Zulieferfirmen dann stützen und subventionieren, um hier Texas Instrument dann Konkurrenz zu machen. Also ich glaube, gerade dieses politische Risiko schwebt eben hier deutlich in der Luft. Aber vielleicht übertreibe ich auch hier. Ich persönlich bin jedenfalls nicht investiert. Ich finde die Firma auf jeden Fall interessant. Sollte es hier zu massiven Drawdowns kommen, würde ich es mir gegebenenfalls überlegen, weil die Firma an sich steht super da. Aber ich persönlich sehe jetzt keinen Grund, hier unbedingt reinzugehen. Aber das sei euch überlassen. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von der Firma haltet, ob ihr sie besitzt gerade im Portfolio oder ob ihr es vorhabt. Also ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und hoffentlich bis bald. Tschüss. Tschüss. T gymnasium.